Taiwan Golden Bee hat einmal wieder zugestochen. Mit der TGB Blade 1000 V2 bringt der Hersteller im Herbst 2015 ein sattes Kilo ATV auf den Markt. Das künftige Topmodell von TGB hält sich vom Design her an die Formen und Stilelemente, die wir von den aktuellen Halbliter TGB Blade Modellen her bereits kennen. Was Ausstattung und Motor betrifft, gibt es freilich ein Update. Als künftiges Topmodell von TGB kommt die Tausender mit 997,1 Kubik großem Zweizylinder-Triebwerk und einer Leistung von 84 PS daher. Und der Motor hört sich schon mal ganz ordentlich an. Neben einem Standardmodell mit serienmäßigen 12 Zoll Alufelgen und Maxxis Bighorn Reifen soll es die TGB Blade 1000 V2 auch als exklusive Limited Edition mit entsprechenden 14 Zöllern und edler Metallleck-Lackierung geben. In Hinblick auf die EU-Bestimmungen für schwere Geländequads, die ab 2016 gelten werden, ist bei der TGB Blade 1000 V2 auch ein sperrbares Hinterachs-Differential Serie. Das vordere Diff ist sowieso selbstverständlich. TGB-Importeur Hans Leb kann die Tausender ATVs ab Herbst wahlweise nach deutschen LOF-Vorschriften oder nach EU-Bestimmungen typisieren, womit die TGB Blade 1000 V2 in allen Ländern Europas mit offener Leistung zulassungsfähig sein wird.